Mein Freund Kenny! Warte, ich geh hin, verfolg ihn! Das waren zwei an der Tafel, glaube ich, gerade. Es könnte die Frau hier sein. Verfolg sie. Oh, Digga. Er kommt direkt auf dich zu. Das macht der Argen. Hallo! Hallo, Freund! Wir können das regeln, alles gut. Aber ich mach dich leise. Ja, ja. Hallo? Hallo? Bin ich zu leid, vielleicht? Wow, Alter. Der lacht wie Patrick, gell? Okay, Jungs. Ja. Du willst gewinnen? Ja, ich gewinne. Willst du alleine gegen uns antreten? Ja. Ja! Ich schaff das, Jungs. Jungs, Jungs, ihr werdet Sinn. Ja? Der hackt auf sich. Ihr werdet Sinn, einfach so. Guck mal, ich kann fliegen. Leon, erstell die Gruppen. Ganz wichtig, ich nenn dich einfach mal Kenny. Ja, ich heiße auch so. Okay. Ach, krass. Kenny. Wie war das Gym, Kenny? Das Gym war sehr gut. Ja? Was hast du euch trainiert? Brust und Schultern. Schön, schön. Sehr gut. Das ist sehr gut. Ich kann da leider nicht mitreden, Freunde. Doch, doch. Du hast schon einen guten Abend empfangen. Eben. Eben. Ja, alles fett halt, ne? Quatsch. 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 Das ist alles Muskeln. Seid ihr bereit? Ich bin so ready. Ich bin so ready. Ich bin noch ready, ja. Ja, wer ist von euch schneller drin? Ja. 8, 9, 3, 5, 5, 7. Bin drin! Nein! Ja, ich hab dich zuerst gesehen. Ja. Nice. Das war knapp, Digga. Ja, nice. Ach. Ach. Schon gewonnen. Mein Lieber. Mein Lieber. Mein Lieber. Was soll ich zuerst sein? Du darfst entscheiden. Du bist der Gast. Du darfst entscheiden, in was du als erstes verlieren willst. Ich bin zuerst der Bandit. Bandit. Okay. Okay. Ja. Aber lass die Einstellungen so, wie sie sind, ne? Genau. Wir machen gleiche Voraussetzungen, gleiche Stadt. Das haben wir letzt mal nicht gemacht. Kenny, du darfst jetzt auch entscheiden, in welcher Stadt. Stadt. Du spielen willst. Stimmt, stimmt. Das hab ich mich schon gefragt. Ja. Mexiko. Okay. Da letztes Mal die Stadt dran war. Ja. Nimm ich. Woher weißt du das? Hast du etwa Sascha und Leon abonniert auf YouTube? Natürlich, natürlich. Wie es sich gehört. Geil. Okay, wir nehmen. Ähm. Mexikostadt. Alles klar. Klingt gut. In Mexikostadt wird Kenny hingerichtet. Quatsch. Okay, Start. Okay. Wir legen auf. Wir reden später nochmal. Viel Erfolg. Okay, ja. Okay, danke. Später. Bis gleich. Bis gleich. Hallo. Geiler Typ. Mega der geile Typ. Ja. Okay, wir sind jetzt die Sheriffs und er ist allein. Ja. Wir müssen zusammen spielen. Okay. Freunde, ihr habt's gehört. Der kommt mir. Oh. Direkt ein Brief. Aha. Der ist da drüben. Geh du da lang, ich geh hier lang. Ich geh hier. Ich vermute die Brillenschlange. Soll ich schießen? Das wär krass. Nee, bitte noch nicht. Noch nicht. Verfolg ihn gerne. Aber... Okay. Mach kein Hackmack. Freunde, nochmal ganz kurz. Das war grad ein bisschen verwirrend alles. Ja. Nochmal vielleicht, dass wir's zusammenfassen. Wir spielen jetzt gerade ein 2 gegen 1, denn dieser Zuschauer ist der Meinung, dass er uns alleine besiegen kann in West Hunt. Diesmal spielen wir auf der Map Mexiko-Stadt. Yes. Wir sind erstmal die zwei Sheriffs, Sascha und Leon. Und Kenny, unser Zuschauer, ist... Ihr habt Kenny getötet, ihr Schwein. Stimmt. Hahaha. Geil. Ja. Und Kenny... Ist der Bandit. Von South Park. Ja, ja, ja. Wenn er redet. Kenny. Ich glaub, ich hab ihn. Ich sag's dir ehrlich. Er macht keine Mission mehr, gell? Aber das ist gut. Die Brillenschlange ist das. Der hat sich komisch bewegt. Verfolg ihn, Digga. Ich verfolg ihn weiter. Ohne Witz. Wenn ich den jetzt direkt geholt hab, Digga. Was gibst du mir dann? Dann bist... Digga. Riech dir... Eine Umarmung. Ach krass, Digga. Genau das will ich. Hä? Er tanzt. Aber bei mir ist alles safe. Er macht halt auch keine Mission. Ja. Und ich verfolg ihn. Also das ist ja safe, Digga. Jetzt auf No Joke angelehnt. Ich bleib trotzdem weiter auf der... Komm mal zu mir. Mal schauen, wie er reagiert, wenn du auch noch in seine Richtung läufst. Zier mal auf ihn. Mal schauen, was er macht. Mein Freund Kenny. Oh, nein. Es wurde eine Mission gemacht. Warte, ich geh hin. Verfolg ihn, verfolg ihn. Okay, okay. Ob wenn es jetzt tanzen war oder ähm... Oder... Fuck, was hat er noch gemacht? Da hinten. Das hat er noch bei so einem Zelt. Okay, ich beeil mich. Ich bin fast da. Ja. Fast da, fast da, fast da. War es tanzen? Warte, 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 warte. Digga. Soll ich direkt schießen? Bankgestuhlen. Geld von der Bankgestuhlen. Oh shit. Der ist hier bei mir gewesen. Okay, war er nicht. Brillenschlange ist er nicht. Okay. Merk dir tanzen. Wenn es gleich tanzen ist, dann ist es eine Frau mit schwarzem Hut und grünem Gewand. Okay. Der scheint irgendwie gut zu sein. Alter. Ja, aber er braucht lange, um die Mission zu machen, glaube ich. Warum? Warum? Hat er so lange gewartet? Vielleicht, weil er uns verwirren möchte. Das heißt... Wenn gleich Lagerfeuer kommt, immer noch die grüne Frau. Grüne Frau? Also nicht so eine grüne Frau. Das ist die mit dem Schwarten. Das ist so eine Cowboy-Frau mit grünem Gewand. Okay. Wieso kommt nichts mehr? Ich weiß. Ich glaube, der spielt das verdammt schlau. Okay. Oh, okay. Ist es bei dir? Oder? Nee. Okay, ich geh hin. Kannst du hin? Ja, das ist immer anders. Bei mir ist es hier. Was ist es? Oh, Alter. Bei dir direkt. Scheiße. Okay. Verdammt. Drei Minuten und drei Sekunden. Drei Minuten und drei Sekunden. Ich glaube, er switcht jetzt auf die Richtung hier hin. Schätze ich. Okay. Vielleicht kommt er dir auch gerade entgegen irgendwie. Das kann sein. Ich glaube, ich bin ganz nah an ihm. Der alte Mann. Ich glaube nicht. Was sind weirde Bewegungen? Wenn er sich... Guck mich an. Wo bist du? Ja, hier. Siehst du mich? Ja. Das hier zum Beispiel. Wenn man sich so dreht. Macht keiner. Das macht keiner. Okay. Nur ein Spieler würde das machen. So auf der Stelle. Oder über Objekte laufen, gell? Ja, genau. Oh shit, Digga. Er ist direkt hier. Ja, er ist hier. Entweder er ist zu dir oder zu mir gelaufen. 3,54. Die hat vorhin Medizin gestohlen an der Stelle. Das heißt, ich glaube, die kann es nicht sein. Alter, der muss hier irgendwo in der Ecke sein. Bleib du da in der Ecke, ich bleib hier in der Ecke und beobachte. Ja, ja, ja. Alter, sind hier viele. Bei mir ist ein Brief. Hat er gebetet oder so? Ne. Kleidung gestohlen bei mir. Okay, bei dir. Okay, es könnte jetzt die blaue Frau sein. Es könnte... Ja? Oh. Da waren zwei an der Tafel, glaube ich, gerade. Es könnte die Frau hier sein. Verfolg sie, verfolg sie. Ich verfolg sie. Wir haben noch Zeit. Wenn jetzt jemand, wenn gleich eine Mission kommt von wegen Beten, kann es die Brillenschlange sein, der alte Mann oder ein Indianer? Ja. Der muss so viele Missionen machen, das hat der eh nicht. Ja. Es ist seit echt krass. Aber fünf Minuten... Ah, nee. Ich dachte gerade. Was habe ich gesagt? Brillenschlange, alter Mann oder Indianer, gell? Indianer. Wenn es Beten ist. Okay. Falls gleich Goldklauen kommt, dann Bankgestohlen irgendwas... Wir sind richtig am reinhasseln gerade, gell? Wir wollen gewinnen. Ich merke das. Ja, wir wollen auch gewinnen. Keiner wird uns besiegen. Aber der spielt es gut, alter. Der spielt es echt gut. Bleib auf deiner Seite. Ich gehe dieser Frau hinterher. Alles gut. Ja, ja. Entschuldigung. Weil ich vermute, dass da zwei waren. Und der alte Mann, der jetzt zu dir reinkommt. Schau mal. In die Armung? Ja, der da. Der da. Der könnte es sein. Wenn es Beten war, dann könnte er das sein. Oder die Brillenschlange. Aber Beten ist schon zu lange her, oder? Die Brillenschlange. Ja, eigentlich schon. Also Karotte füttern, dann ist es die Frau hier. Er hat nicht mehr viel Zeit, glaube ich. Aber ich glaube, wir sind ihm dicht auf den Fersen. Oh, Digga, der sieht mir aber sehr suspekt aus. Ich habe so einen Mensch noch nie gesehen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wer war es? Wer war es? Wer hat keine Zeit gehabt? Wer war es? Man sieht es nicht. Sollen wir kurz den Call gehen? Scheiße. Moin, na? Die Zeit, man. Ja, ich glaube es dir. Wir können dir vielleicht ein paar weniger Missionen einstellen, oder so. Das war schon gut für, ja. Wer warst du? Warst du die Frau? Die Frau, ja, ja. Oh. Oh, ich bin dir also hinterhergelaufen die ganze Zeit? Ja, die ganze Zeit. Alter, krass. Geil. Okay, okay, nice. Nice. Okay. Das heißt, es steht 1 zu 0. Ja. 1 zu 0, ja. Meine erste Wunde, ich war schon angespannt. Ja. Ja, glaube ich dir. Wie der Muskel deiner Oberarme. Ja, Mann. Ja, natürlich. Ich bin jetzt Sheriff. Ich bin jetzt Sheriff. Ich bin jetzt Sheriff. Du bist jetzt der Sheriff. Es steht 1 zu 0. Das heißt, wenn wir jetzt wieder gewinnen, haben wir gewonnen. Ja. Ja. Ja, aber wir müssten eigentlich mehr Aufgaben haben, oder? Damit es fair ist. Äh, schon. Auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite, wir machen ein Deal, wir machen ein Abkommen. Wir lassen alles so wie es ist, wir nehmen irgendeine Fähigkeit, aber wir dürfen sie nicht einsetzen. Sprich, wir haben keine Fähigkeit. Oh, okay. Okay. Was sagst du dazu? Finde ich sehr gut. Okay, dann machen wir das. Oh, scheiße. Es wird schwierig. Okay. Sehr gut. Den machen wir fertig. Ja, Mann. Okay. Viel Erfolg. Nein. Okay. Okay. Wir hören uns später. Bis gleich. Okay, Digga. Wollen wir ein paar Einstellungen ändern? Spaß. Spaß. Okay, start. Wollen wir starten. Freunde, Runde 2, ihr habt's gehört, wir dürfen unsere Fähigkeiten nicht einsetzen, deshalb ist es egal, was wir nehmen. Es wird ein easy win, ich sag's dir. Ich nehm mal Gestaltwandler, damit es, falls ich aus Versehen draufdrücke, kann ich es noch gut abbrechen. Okay. Er ist, er ist schon am... Ja, wenn man aus Versehen mal rennt und so, ist er nicht schlimm. Oh, ich renne gerade aus Versehen. Okay, Bro, ich mach schon mal eine Haupt-Quest. Ja, ich hab schon eine Macht, eine Haupt-Quest. Schon fertig, Digga. Oh, Digga. Er kommt direkt auf mich zu. Das macht er an. Aber egal, er dreht um, er ist lost. Lost sein Vater. Na ja, das ist zu riskant, oder? Was denn? Ich mach noch eine Side-Quest. Digga, der ist bei dir irgendwie, gell, auf den Fersen irgendwie. Ne, ne, der ist voll weit weg. Voll weit weg. Ich kann nicht rennen. Scheiße, du hast recht. Ja. Ich kann nicht rennen. Ja. Es ist superschwierig, glaub ich. Es ist okay. Oh, Digga, ich glaub, der kommt gleich zu mir. Der sieht so lost aus, Digga. Der läuft einfach nur im Kreis. Guck ihn dir an. Ich seh, oh. Jetzt schießt er einfach auf irgendjemanden und wir haben gewonnen. Oh, wir haben gewonnen. Ganz schnellste Runde. Okay. Ich stehle gerade das Geld von der Bank, weil das ist eine Mission, die wär schlecht zu machen am Ende, weil die weiter oben ist. Oh, Digga, du hast auch grad ne Quest gemacht, versteh. Ich mach wieder ne Side-Quest zur Safetiness. Nice, 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 nice. Der ist nämlich weit weg. Er kommt in meine Richtung, glaub ich. Ich glaub, er hat jetzt nen Brief genommen. Fuck, wenn er jetzt weiß, dass... Ich trinke kurz im Schluck. Er dreht um, nice. Pass auf. Nicht, dass du stehen bleibst ewig. Du weißt, was das heißt. Er kommt zu mir. Ja. Er kommt zu mir, weil ich hab da die... Oh, Digga. Ja, Gott. Okay, ich lauf ihm mal einfach entgegen. Eben. Hätte er meine Quest bekommen, hätte er mich, glaub ich, bekommen. Ich lauf ihm einfach entgegen. Ja, lauf ihm... Sollen wir ihm einfach hinterherlaufen? Nee, nee, Digga. Wir müssen schon gehen. Wenn wir genug Quests gemacht haben, okay. Am Ende, okay. Dann treffen wir uns und laufen... Nee, einfach beide laufen hinterher. Okay, der verfolgt den falschen. Der verfolgt einen Indianer. Ja, ja. Ich bin aber auch ein Indianer. Was will der von meinem Kollegen, ne? Ich mach noch ne Quest. Du musst drauf achten, dass du nicht gleichzeitig Quests machst mit anderen. Weil so ist er mir in der letzten Runde aufgefallen. Ja, also wenn er in deiner Nähe ist, meine ich. Ah, okay. Also zählt das doch noch? Ja. Scheinbar. Digga, ich hab wieder ne Quest gemacht. Oder er hatte einfach... Ich mach direkt ne Side-Quest. Nice. Entschuldigung. Ich mach auch ne Side-Quest. Entschuldigung. Ich mach auch ne Side-Quest. Am Runden. Sehr, sehr schön, Leon. So wie du ein Gesicht. Okay, ich hab auch ne Side-Quest gemacht. Hä? Er hat geschossen. Lol. Wie schlecht. Okay, Digga. Easy. Oh, nice, Digga. Aber wir waren gut, Digga. Er ist safe geworden, Alter. Er hatte keine Chancen, Freunde. Lass uns noch mal ne Runde machen, oder? Ja, ja. Safe. Genau das Gleiche. Wiederholen.